Einen Tandem sind einige Sachen zu berücksichtigen. Die Bremsen, die Ketten vor anderen Dingen, Speicheln noch, das zeichere ich Ihnen jetzt, wie man das alles korrigiert und nachstellt, so dass Sie minimal einen Händler brauchen in Ihrer Nähe oder auch uns. Also je selbstständiger Sie sind, umso besser ist es. Das Drehtlager sitzt in einem sogenannten Exsender und dieser Exsender muss verdreht werden. Was auch gut ist, ist, bevor Sie jetzt diese Prozedur machen, dass Sie diese Bremstüche schmieren. Und weil die schon ziemlich hart gespannt sind, spanne ich eine Viertelumdrehung. Mehr nicht in diesem Fall. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zuverwanderen Untertitelung des ZDF für funk, 2017